Und damit seid gegrüßt, mein Liebenzwerge, Gnome Hobbits und Tegnome, zum neuen Part. Zu einem neuen Netz-Test. 3 Needs & Happiness. Die Demo-Version. Äh, ja, ähm... Ich würde gerne Lautstätten noch anpassen, aber okay. Ja, legen wir los. Das könnte dem ein oder anderen vielleicht sogar bekannt vorkommen. Da gab's auf YouTube oder gibt's auf YouTube tatsächlich so ein Comic-Format, so ein Animations-Video-Format. Die Gesichter, der Zeichenstil könnte dem ein oder anderen sehr bekannt vorkommen. Gibt's so ein paar mehr oder weniger lustigere. Storys auf YouTube. Cyanide & Happiness. Okay, welcome to the Freak Apocalypse. You play as your... Our... When you can't hear a Co-Op. Spiel Co-Op? Group, wahrscheinlich. Group heißt er. Help him navigate all stories of terrible, horrible, no good, very bad situations. By pointing and clicking on everything you see. I show you the basics. Okay, point and click adventure. Das, was mir doch sehr gefällt. Okay, ja, das kommt mir bekannt vor. Von... Spielen wie Rhyme This Monday und so weiter. Gucken, untouchen, sprechen. Mhm. Okay, mit dem Poster sprechen. Ja. Damn, the door's locked. I've always wondered what creepy stuff the janitor keeps in there. Aha. Ach so, die Hausmeister Sache. I can't go there without a hall pass. Hall pass. Okay. She's your popular cheerleader type who hates guys like me. Ich kenne mich mit dem amerikanischen Schulsystem nicht so sehr aus. No way. Chet will touch me back. Hall. I don't think he washes his hands either. Hey, uh, guys. Would you mind, uh, stepping aside so I can get into my locker? Oh. 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 Asamble, get down. Oh. 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 Oh no. Bad p benefited me for avoir果たけ, this guy. Oh. Oh, oh. Oh, oh. wie man sie so abknutschen kann ich muss ein menschen flachfach knutscht vor andersrum von mir aus da wurdest du schon ab und zu mal verstaut ok kannst du nicht öffnen schade mit dem sticker reden und diesen wirst du nicht das buch von deinem vater die menschen ich werde nicht sagen es wird die armee der mieter 1. Es ist kein Audiobuch, und 2. Audiobuch sprechen mit dir, nicht der anderen Weg. Dieser Mann wirklich mag, seine Buchkaufgaben zu machen. Ich wirklich nicht. Ich wollte ihn nicht interrumpfen, um ihn zu machen, um seinen gesamten Prozess zu machen. Was machst du? Ich versuche, einen neuen Buch zu lesen. Welchen Buch möchtest du? Ich mag alle Sachen, wirklich. Welches, was nicht auf einem leckigen Protagonist gefasst, versucht, Menschen in einer apokalyptischen Sektion zu helfen? Boörororo! uh, ja. Ich habe das überlegt. du musst, um Hilfe etwas finden zu haben? Absolut nicht! Well played, äh, skeptischen Buch-Guy. Wir schauen uns erstmal alles an. Wo können wir hier hin? Aha. Und wo kriegen wir einen Hallpass her? ah ok schön ich nehme mal den stift lassen wir mal den wir auf hier alleine hat doch gesagt er kann seinen dings mit dem kann es einfach mit dem stift wieder aufkriegen sehr gut sehr gut jetzt haben wir eine notiz ok können wir hier hin ok wollen wir hier das ist eine andere frage ein interessantes gespräch Ja. Das wäre nicht schlecht, wenn ich die Schuhe abfackern würde. So würden einige freuen. Okay, mit der haben wir alles gemacht. Das ging sehr falsch. Okay, ja, alles hier, alles müssen wir jetzt hier nicht anfassen und angucken. Die Tafel. Hm. Und die Einzelne, hm, wie es tut, ja, das klingt irisch. Und das nicht klug genug, um Chemiezustellen zu sein. Ach ne, 9, 9, 11, du siehst im Flot. Aha, okay. Du kannst es mitnehmen. Schade. Es ist ein bisschen zu late für CPR. Ja, das muss hin, wo Franzosen. Hm. 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 Ja. 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 Ja, schon. Okay. In der 103. Haben wir Geschichte. Ähm. Ja. 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 ja ja lass mal das macht mal gut sein erzählt uns zu jedem das war anfragen hintergrundgeschichte ja 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 geschichtsunterricht hatte ich genug in der schule ok auf die mädchentoilette wir sollten hier nicht sein erzähl mir ja 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 da liegt ein Föhn auf der Toilette Ich war noch nie wirklich auf Mädchenkloß, ich kenne mich da nicht mit aus, nicht so wirklich. Föhne, ich glaube nicht da Föhne, da gibt es eine Föhne auf dem Mädchenklo. Frauenklo, nimmst ein bisschen Müll mit vom Frauenklo, ja, wollte gerade sagen, ja natürlich, kein Müll drin, ok. Snack, ich glaube da sind andere Sachen drin. Gut, dann wollen wir vielleicht mal wieder ein großer Spiegel. Oh, da steht jemand im Weg. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Toilette genau so aussieht. Das war zu erwarten. Der Müllkorb dementsprechend voll, eine Wende voll geschissen und voll gepisst, dass es so sieht. Das ist kein, das ist nicht mal ein Witz in der Schule, das ist, wenn du in die Schule gehst. Es ist, ja, die Jungs, Jungs-Klo-Männchen-Klo, das ist, ja, hier klebt Piss an der Decke. Es ist, es ist einfach wahr. Es ist kaum, es ist in manchen Schulen nicht mal übertrieben. Es ist ein Urinal, der Nummer 1-Destination für alle deine Nummer 1. Ja. Ah, ein klassischer Werk von Kunst von Marcel Duchamp. Ich mag meistens, wenn ich zu Hause pissen. Du weißt, wo meine Gesichter nicht in sich wird. Hm, die haben Augen auf den Spiegel. Ich kann nicht selbst in den Augen sehen. Er sieht untergezogen. Ich sollte wahrscheinlich nicht. Du bist genug genug, du bist genug genug und, Gott sei Dank, Leute lieben dich. Ja, ihm ein bisschen helfen. Oh nein. Oh, Herr Koffi. Oh. Ich muss wirklich meine Prostate checken. Ja. 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 We like to get drunk before a dare class. Mmm. Ding nicht nicht. Ja, ok. Das gehört von denen. Jetzt habe ich Geh oder was? Au. Ah ok. Ähm. Ich habe mich gerade ein bisschen fassbild. Find sugar, find old fruit, find plastic baggy. Okay, das brauchen die für dir. Ah ok, haben wir eine Map. Freedom. Ok, wo kriegen wir die Sachen jetzt her? Na sehr toll. Auf jeden Fall erstmal weg von der Toilette. Aha. Ja. Die Beschütztengang. Ja. 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 Die Krass. Ja. Okay. ok verstehe we can't go there without a hall pass we can only go too long we have to buy stuff what was it like when your grandfather segregated people ok and where are we now getting our stuff ok ok we bought Zucker we bought an old Frucht and we bought a Plastik Bag Plastiktüte we had this all here Zucker an old Frucht and can't find that Das sieht aus wie Zucker, Zucker A, sehr gut, alte Frucht brauchen wir jetzt noch, ok, verstehe. Ja, falscher Raum würde ich sagen, eine alte Frucht haben wir noch hier, können wir jetzt mitnehmen, sehr gut, Apple, das brauchen wir noch eine Plastikhülle. Falls wir die nicht schon im Endwinter haben, nein, haben wir noch nicht, dann wollen wir nicht noch mal rein, Janitor, oder hier, ok, hier waren wir noch nicht, hier haben wir eine Plastiktüte. Sehr gut, jetzt haben wir alles zusammen. Ok, dann holen wir uns unseren Horror Pass, dann haben wir die Demo wahrscheinlich schon zu Ende. Wir hören uns unseren Horror Pass vom Jungs Klo. Also ich habe eure Zutaten. Ok, ich habe einen Horror Pass. Skipping das mit Old Holy Pass. Und jetzt... How you can't focus. Aha. So sweet! Mein sehr eigener Fake Hall Pass. Endlich, Freiheit at my fingertips. Let's see, Holly try to stop me now. Ok. Freiheit! Danke für die Freakpocalypse Demo. Das war's schon. Ich dachte, ich kann ja noch... Raus. Ok, ähm... Dann haben wir's durchgespielt. Ähm... Haben wir die Demo durchgespielt? Na dann... Ja... Gerne. Eher nicht so gerne. Ja gut, ähm... Na dann... Ähm... Da hab ich noch momentan, dass ihr euch gefallen haben lassen. Abo da, wenn ihr seit... Die nächsten Parts, die nächsten Stream nicht verpassen wollt. Äh... Quatsch. Ähm... Das nächste Let's Test. Das nächste Let's Playoff im Kanal nicht verpassen wollt. Hab noch einen einigen, fast jeden Tag. Man sieht sich. Haut erinnern. Ähm... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.